Hallo, wir sind Tim und Rachel aus Australien. Wir kommen aus einem ungünstigen kleinen Dorf. Wir freuen uns heute. Erstes Lied heißt Dawn. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ja, wir haben ein bisschen Probleme mit Auto und ich habe gesagt, Entschuldigung, haben Sie ein Überbrückungskabel, mein Auto ist kaputt. Und jetzt alles klar. Ja. Wir sind hier. Das ist ein piece, wir haben nach unserer ersten Tour von Scotland. Wir haben viel Zeit in der Stadt Karnoosti. Das ist ein, eigentlich, sorry, ich werde das Malcony erst machen. Das ist ein piece called Balcony, von unserem Album Referees. Okay, alles klar. Das ist ein piece, wir haben. Das ist ein piece, wir haben. Das ist ein piece, wir haben. Feeling our way through the darkness Lost time spent hanging in the middle Watch the stream push away those heavy stones Or float each day, feels just a little stronger guitar solo 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 Rachel hat, mein Lieblingswort ist Dingsbums und Bürgermeister Rachel's is Neueswort, was ist it? Mein Lieblingsdeutsches Wort ist Kopfkino Kopfkino, so we've made a piece called Kopfkino and that fence, did you just put it in the FORTE? So you're a part of your memory? So you're a part of your memory Musik 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 Das ist dein zweiter Lieblingsdeutsch, ihr habt gelernt. Das Leben... Das Leben ist kein Ponyhof. Das Leben ist kein Ponyhof. Hier, wir gehen. Das ist Murphy. Thanks again. Das Leben ist kein Ponyhof. Musik 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 Vielen Dank Tschüssi Kofsky and Bisbald, Rachel Snow on the violin.